Hallo und herzlich willkommen zu Dead by D-Light, heute als Überlebender. Und wir überleben anscheinend nicht lange, weil der schon hier ist. Scheißen direkt da, da muss ich aber ganz schnell hier weg, huiuiui. Ich helfe da jetzt erstmal nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der kommt gleich wieder. Ach, da wird jetzt jemand aufgehangen, ne? Scheißen Dreck. Äh, ach so ging das, okay. Ich wusste das nicht mehr. Uiuiuiui, Spannung steigt hier. Okay, ein bisschen da mal jemanden befreien eigentlich, ne? Das wäre ja mal, äh, von Vorteil. Ich komme da jetzt aber so nicht hin und der ist schon befreit. So, dann gucken wir uns mal genau um hier. Da ist noch so ein Generator, den wir benutzen können. Oh oh. Wo ist der denn? Der ist nicht gesehen. Ist auch immer gemein. Da hinten ist der, wa? Gut, dann versuche ich mal mein Glück hier. Aber auch nicht. Wo ist denn der Trottel? Der Trottel-Dog. Kann ich hier auch drüber nehmen? Der ist ganz nah. Der Trottel-Dog. Nein. Der Trottel-Dog. Der Trottel-Dog. Der Trottel-Dog. Das ist zum kleinen Trottel-Dog. Der Trottel-Dog. Ein bisschen mehr. mehr hat dann muss man den armen doktor ja auch nicht zwingen also ich finde jetzt noch mal eine andere partie und gleich willkommen zurück diesmal hoffentlich erfolgreicher als letzte runde oh jesus christ scheiße Fuchsät! Ja man, nicht so rum, renn weg! Wir müssen hier weg! Scheißen Dreck! Okay, ich bin schon mal am Ausgang, das ist ja schon mal Toppy Hoppy. Scheiße, die kommt genau hierher anscheinend. Uiuiui, das ist immer so eine Sache. Nö, 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 du dich! Scheiße! Wie ging das nochmal? So, glaub ich, ne? Auswinden! Schneller, los! Nein! 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 Nö, ich bin nicht in den Keller! Schneller, 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 schneller! Ja! Blöde Kuh! Jassos, ne? Das ist nicht meine Sache hier, das ist gefährlich Scheiße Ich sabotiere jetzt Also, der kommt doch genau in meine Richtung gelaufene Idiot Da musst du mich jetzt auch befreien, du hässlicher Bovo Nein, mich befreit natürlich jemand anders Das war ja klar Ich könnte echt Gesundheit gebrauchen Das wäre immer ganz toll hier jetzt in dieser Phase des Spiels Gut Vielleicht klappt das ja Mit dem Heilen Aber ich höre die schon wiederum summen Die Jägrün Jägrün Oh, besser Oh, besser Weg hier Lauf, schnappe Lauf Ich bin jetzt natürlich die ganze Zeit leise Weil ich mich hier konzentrieren muss Was die uns hier nicht erwischt Aber wir sollten mal den letzten Generator in Angriff nehmen, würde ich mal sagen Damit das Ganze hier auch Früchte trägt In dieser gefährlichen Welt Okay, der ist schon Schnauze, du verrätst mich Okay, da ist noch jemand geheilt Das ist gut Das ist sehr gut Aber wir brauchen Aber wir brauchen den letzten Generator Und ich habe keine Ahnung Wo der sich jetzt gerade befindet Der müsste da in die Richtung irgendwo sein Sind ja immer mal ein paar mehr So zwei, drei Sollten das nur noch sein Die rumschwirren Aber die wird dann natürlich auch rumlaufen Das ist ja klar Hier ist schon mal ein Ausgang Das ist auch schon mal sehr viel wert Zu wissen, wo der ist Ich wüsste aber gern, wo die ist Die Jägerin Ich höre hier einen Generator, der gemacht wird Und die kommt wieder genau auf mich zu Sollte ich vom Generator vielleicht auch ein bisschen weggehen Der ist tot Oder Hängt der da noch? Ich muss mich erst mal verstecken Einschlag Ist auf jeden Fall hier in der Nähe Und ich schreie rum Okay, die ist gerade beschäftigt, glaube ich Komm, geh auf Geh auf Los Los, 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 los Schneller, 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 schneller Schneller Die ist hier Oh, jetzt bin ich rausgesehen Das wollte ich wirklich nicht Ich wollte denen ja noch helfen Die haben ja auch immer so gut geholfen Und das ist einer von denen Hast du Spaß? Ja, ich habe Spaß gehabt Das hat sehr viel Spaß gemacht Ähm Zuschauen Wir gucken noch ein bisschen zu Oh, ja, das ist meine Schuld Es tut mir leid Aber es sind noch zwei da Okay, der wird abgejagt jetzt Ah, er muss raus Und die beiden rennen zum Falschen, glaube ich Nee Wo ist denn der andere? Oh, oh, oh Das ist auch noch spannend Bei denen Okay, die halt sich selber Rent nicht raus wie ich Aber wie schon gesagt War ausgesehen Oh, da ist der schon Da ist der schon der Ausgang Da ist der schon der Ausgang Ja Du kannst gehen Du kannst gehen Du bist Du bist das Letzte Nein, die Letzte Ja, schön Hat Spaß gemacht Und Werde ich Wahrscheinlich dann hier Nächste Woche wieder eine Runde machen Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder Und Tschüss Jos Uh Wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020